Die Militärmusik Tirol unter Leitung von Oberstleutnant Hannes Abfolterer und mit Hannes Hölzler als Solisten in Erik Kuchs Komposition Bolivar für Posaune, Solo und Orchester. Die Militärmusik Tirol unter Leitung von Oberstleutnant Hannes Abfolterer Der 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 Leitung von Oberstleutnant Hannes Abfolterer Untertitelung. BR 2018 Applaus Hannes Hölzl als Solist. Großartig. Ein gut disponiertes Orchester. Ich habe Ihnen sicher nicht zu viel versprochen. Aber jetzt noch etwas zum Hannes dazu. Im Alter von 16 Jahren hat er seine erste Solo-CD, Mein Teddybär, aufgenommen. Und unter anderem auch, ist da drauf, Rimsky-Korsakows. Lass mal die Hummeln fliegen. Applaus 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 Applaus